Graf Mager ist ein aus Israel stammendes, aus mehreren Kampfsportarten gemischtes Konzept, das nicht im Angriff, sondern auf reine Selbstverteidigung ausgelegt ist. Das Real Self-Defense Center von Ado Dulas in Innsbruck hat sich darauf spezialisiert, jedem Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Körperbau effektive Selbstverteidigung zu ermöglichen. Seit diesem Jahr ist Chef des Centers Profi Ado Dulas Direktor der Graf Mager Federation Austria. Auch Aus- und Weiterbildung für Sicherheitskräfte in Form von Graf Mager Security wird von Ado angeboten. Die neuen Kurse starten 2012, auch private Trainingsstunden können auf Anfrage erfolgen. Jetzt bis 31. Dezember für Graf Mager anmelden, drei Monate zahlen, ein ganzes Monat gratis. Alle Infos rund um Ado Dulas und das Real Self-Defense Center finden Sie auf unserer Homepage und auf Facebook. Alle Infos rund um Ado Dulas in Innsbruck.